Und jetzt darf ich Herrn Karger sehr herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass das gut geklappt hat. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Herr Karger, den Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Sie sitzen in Saarbrücken. Herr Karger, das zur Information an die, die uns zugeschaltet sind und jetzt zuhören, Herr Karger hat nach einem Studium der Theoretischen Linguistik und der Philosophie in der Computerlinguistik gearbeitet, ist unter anderem aber auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen. Angesichts der wichtigen Brückenfunktion, die das DFKI in Sachen KI-Nutzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hat, sind wir sehr froh, dass er mit Ihnen, Herr Karger, als Unternehmenssprecher genau denjenigen Gesprächspartner haben, der sozusagen, um im Bild zu bleiben, nun genau auf dieser Brücke zwischen diesen beiden Bereichen steht. Herr Karger hat zur Information der Zuhörenden und Zuschauenden, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder zu den Potenzialen und den Problemen auch, auch den ethischen Grenzen einer Nutzung von KI in Wirtschaft und Wissenschaft geäußert. Es ist ihm gelungen, das ist jedenfalls mein Eindruck aus meinen Recherchen, manche Missverständnisse auszuräumen und falschen Erwartungen und auch Mythenbildungen vorzubeugen. Besonders wichtig ist, dass er sehr konkret die absehbaren durch KI und induzierten Veränderungen zum Beispiel für manche Berufsbilder aufgezeichnet hat, vor allem etwa im Bereich der geisteswissenschaftlichen Berufe, wie zum Beispiel Journalismus. Das geht Hochschulen direkt an, denn wir haben solche Studiengänge. Ich denke noch, es sind vielen Hochschulen nicht klar, welche Folgen diese Entwicklung für zum Beispiel die Qualifizierungsziele hat und damit auch für die Curricula haben müsste, sage ich. Es ist sehr wichtig, dass die AG in Ihnen einen Gesprächspartner hat, der die Entwicklungen vor Ort zum Beispiel auch in den Gliederungen der DFKI vor Augen hat und von daher immer wieder rechtzeitig uns helfen kann, sozusagen einen Realitätscheck zu wagen bei dem, was wir uns so vorstellen. Deswegen, Herr Kager, freuen wir uns sehr auf Ihren Beitrag. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Metzner. Schön, dass ich da bin. Ich bin der Letzte. Es ist wunderbar, dass Sie alle überhaupt noch durchhalten. Ich gucke, dass das mit dem Bildschirm, mit der Bildschirmfreigabe auch perfekt funktioniert. Bei mir sieht es gut aus. Ich sehe da ein Nicken ausgezeichnet. Also, KI für den Menschen, sehen Sie hier, ist die Mission des DFKI und ich möchte heute nicht über das DFKI sprechen, sondern über Digitalisierung KI Big Data und das für Lernende und Lehrende. Und ich möchte gerne ein ungebremstes Plädoyer halten für eine offene Haltung und ihre Chancen. Dazu muss man natürlich auch die Chancen kennen und ich hoffe, ich werde da einen Beitrag leisten können. Ganz kurz, muss ich machen, ist klar, das DFKI gibt es seit 1988. Wir haben 1.100 Mitarbeiter und es ist reines Projektgeschäft. Als gemeinnützige GmbH haben wir Gesellschafter, das sind die Gesellschafter und mehr wollte ich gar nicht über das DFKI sagen. Sie werden viele Informationen finden. Anfangen möchte ich gerne noch mit einer Definition. Künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Das soll erden, das soll entmystifizieren und es ist wichtig, hier der Plural. Denn es geht um sehr, sehr, sehr viele Wissensfähigkeiten, die der Mensch hat und deswegen wird es sehr, sehr, sehr viele KI-Werkzeuge geben, die man einsetzen kann, um bei den Zielen, die man mit diesen Wissensfähigkeiten erreichen möchte, maschinelle Unterstützung zu bekommen. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass die ganzen Werkzeuge zusammen zu einem Werkzeugkasten ist, der mehr ist als einfach nur die Ansammlung dieser Werkzeuge. Also nicht irgendetwas Besonderes wird. Das sind natürlich, das weiß man alles nicht, aber dennoch. Konkrete Werkzeuge für konkrete Menschen, um konkrete Ziele zu erreichen, das ist die Mission. Und bevor wir auch hier weitermachen, möchte ich gerne beginnen mit einer Vorbemerkung. Wir sollten starke Annahmen vermeiden, sollte man ja meistens, aber eben auch dann, wenn es um die Obergrenzen zukünftiger KI-Leistungen geht. Und das entnehme ich dem 19. Leitsatz der Konferenz von Asyloma von 2017. Vorsicht bei der Leistungsfähigkeit. Da es hier kein Konsens gibt, sollten wir es vermeiden, starke Annahmen zu machen, wenn es um die Obergrenzen zukünftiger KI-Leistungen geht. Ich denke, das ist gut, dass wir ganz am Anfang nochmal sagen, wir kennen einen Stand, wir kennen vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre. Was in 15, 20 Jahren noch erfunden werden wird, können wir nicht kennen und vielleicht können wir uns über viele Erfindungen auch freuen. So, eine ganz kurze Differenzierung, also KI für Studium und Lehre ist wichtig und wichtig ist KI als Gegenstand von Studium und Lehre. Mir geht es nur um KI für Studium und Lehre und die Beiträge, die KI hoffentlich möglicherweise leisten kann und wie. Und ich sehe es ein bisschen anders als meine Vorredner, aber schauen wir mal. So, Ziel und Zweck von KI und für die Hochschule. Es geht darum, die Abläufe der Organisation aufeinander abzustimmen. Bei der Absolventenzahl geht es um die Wahrscheinlichkeit des Studienabschlusses zu steigern, die Abbruchquote zu senken. Bei den Lehrenden und bei den Lernenden, beides geht es um Talent erkennen, Umwege vermeiden. Es wäre wunderbar, wenn KI-Assistenzsysteme helfen könnten, das zu erreichen. Bei dem Erkenntnisprozess, muss man auch sagen, geht es darum, A, ihn zu beschleunigen und zu vertiefen. Wenn das geleistet werden könnte, wäre das auch eine Freude. Und für die Gesellschaft geht es darum, dass die Qualität der zukünftigen Erkenntnisse höher wird. Wir brauchen sehr viele Erkenntnisse für sehr viele Probleme, die wir nun mal haben. Und das ist jetzt allgemein Lernenden ermöglichen, dass sie ein Studium durchlaufen, das sollen sie, bei dem sie sich durch Talent und Disziplin ein belastbares Fundament für eine selbstbestimmte und selbstgewählte Berufsausübung erarbeiten können. Letztendlich sollen sie sich selber finanzieren, zum Lebensglück und zur Gesellschaft beitragen. Das ist das, was man mit oder ohne KI sowieso als Hochschule möchte. Ich hoffe, der Boden ist bereitet. Deswegen können wir jetzt gucken, Digitalisierung und KI lassen sich nicht immer so ganz trennscharf voneinander unterscheiden. Also nur zur Digitalisierung. Ja, es verändert viel. Neue Lernwege, neue Lernchancen. Natürlich müssen die Lehr- und Lernmittel elektronisch vorliegen. Und das tun sie vielleicht manchmal nicht. Aber im Wesentlichen ist das eine sehr gute Entwicklung. Sehr viel mehr liegt elektronisch vor. Sehr viele elektronische Bücher, alles. Die Nutzerinnen müssen Zugangsvoraussetzungen haben. Das ist auch klar. Lizenzen, Netze und so weiter. Das haben sie aber auch wirklich oft. Wenn ich mir das angucke, sie haben es wirklich oft. Natürlich kann die Infrastruktur in Deutschland auch besser werden, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nun, immer wieder, ich glaube, ich habe das ungefähr zwei- oder dreimal, Lesen und Schreiben sind für Lernen und Verstehen immer noch die wichtigsten Kulturtechniken. Damit wir da keine Missverständnisse haben, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt, dass Mensch und KI dazu führt, dass man automatisch zu Erkenntnissen kommt. Nun, jetzt sind wir zuerst mal bei Digitalisierung. Wie kann man Digitalisierung nutzen im Kontext von Lernen und Lehren, aber auch für die Organisation einer Hochschule? Ein Dashboard. Ein Dashboard verschafft einen Überblick und bietet Orientierung, ist eine grafische Zusammenstellung von aggregierten Informationen. Das orientiert, das hilft. Alles gut. Learning Analytics kann man damit anwenden. Da ist schon KI im Spiel, aber auch das ist, das würde ich sagen, ist relativ, naja, das ist ganz übersichtlich, was das so leisten kann. Es ist nicht so wahnsinnig viel, aber Orientierung ist jederzeit wichtig. Wenn ich weiß, wo ich bin und wo ich hin muss, hilft mir das. So. KI wird Lernen und Lehren befördern, davon gehe ich aus, aber es wird Lehren und Lernen nicht automatisieren. Denn Lernen ist Begegnung mit sich selbst und entsteht oft im Miteinander. Dieser zweite Satz adressiert den Campus der Universität und das räumliche Lernen und das Zusammensein in den Bildungs- und Erkenntnismomenten. Wir merken es jetzt aktuell, ich höre es von vielen Studenten, wie sehr sie es vermissen. Und das ist nicht nur so gesagt. Ich würde denken, das Miteinander ist extrem erkenntnisfördert. Ja, es geht um Konzentration und es geht bei dem Mitarbeiter, bei dem Miteinander dann aber auch eben wirklich auf diesen gemeinsamen Erkenntnis und Ergebnis erarbeitet. Kann alles unterstützt werden durch Technologie, aber immer noch Anstrengungsbereitschaft werden wir nicht, darauf können wir nicht verzichten. Langzeitprognose. KI wird Beratung zu Lern- und Lehrwegen, Orts- und Zeitunabhängig ermöglichen und da auch eine fachlich angemessene Erläuterung von Lerninhalten. Das Langzeitprognose. Das ist aus unabhängigen Gründen meiner Ansicht nach der Fall, aber nicht in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich. So, jetzt, wie kann man die Qualität erhöhen? Natürlich dadurch, dass man die Lernenden und Lehrenden-Historie berücksichtigt. Dann hat man relevantere Empfehlungen und wie gesagt, Lesen, Verstehen muss man eben schon selber. Nun, jetzt, manche KI-Ansätze sind gleichzeitig leistungsstark und sie sind extrem datenhungrig. Jetzt ist es so, dass Datenhunger, aber Dimensionen von Privatheit relevant ist für Dimensionen von Privatheit. Und ich habe hier drei Dimensionen von Privatheit, Public, Operational und Private Big Data, wo man sieht, ja, es wird immer privater. Bei dem Private Big Data steht da jetzt persönliche Daten und dann kommt beliebige Auflösung. Das wird noch eine Rolle spielen. Beliebige Auflösung von wirklich privaten Daten. Nun, diese KI-Sätze, die jetzt so datenhungrig sind, aber gleichzeitig wirklich, wirklich leistungsstark, da geht es in den meisten Fällen um Mustererkennung. Das Stichwort, das schon genannt wurde, ist Deep Learning und es eignet sich für Klassifikation. Das ist die Leistung, das ist die Leistung dieser Ansätze. Die verwendeten künstlichen neuronalen Netze erkennen Muster in digitalisierten, visuellen, akustischen, taktilen oder olfaktorischen Datenräumen und können insofern Objekte bestimmen. Sie können also sagen, dieses Objekt ist auf jenem Foto dargestellt, dieses Wort wurde gesprochen und so weiter. Man kann sehr viel damit machen und es ist ganz ausgezeichnet für die Anwendung, wenn es zum Beispiel eine Diktieranwendung ist und so weiter. Mustererkennung ist geeignet für Empfehlungen. Ja, das merkt man, wenn man ein Produkt kauft und dann bekommt man eine Empfehlung. Wollen Sie nicht auch jenes Produkt kaufen? Die sind manchmal gut und manchmal weniger gut. Die Empfehlungsgüte nun ganz klar hängt ab von der Auflösung und von dem Detaillierungsgrad der Daten, die für den Algorithmus zur Verfügung stehen. So, das heißt also, zu Mustererkennung, was können die? Sie können also Mustererkennung klassifizieren. Sie liefern Wahrscheinlichkeiten, aber sie liefern keine Begründungen. Und das ist letztendlich das Kernproblem, mit dem wir uns ein wenig beschäftigen müssen. Mustererkennung ist wirklich hilfreich, aber eben nicht diskursiv und auch nicht kausal. Also keine, es gibt da keine Informationen über Kausalität. Nun, wenn ich, wenn man solche Systeme in der wirklichen Welt einsetzen möchte, dann hat man, setzt man sie in Entscheidungsprozesse ein und damit der menschliche Entscheider aber jetzt das für und wieder abwägen kann, müssen diese Systeme Schlussfolgerung nachvollziehbar offenlegen, also erklären können. Verfahren, die auf Mustererkennung basieren, können das aber nicht. Das heißt, wir haben dieses, wir haben hier ein prinzipielles Problem, dass wir, dass wir wirklich nicht mehr vergessen sollten oder dass wir jetzt noch ein bisschen im Kopf haben sollten. Nochmal die These, KI-Tutor-Systeme werden Lern- und Lehrerfolg befördern. Das ist schon richtig. Allerdings, vorhandene Chatbots erreichen noch keine Praxisqualität. Auch das, denke ich, wissen wir alle, wer schon mit Chatbots gearbeitet hat, sieht, dass das jetzt keine Praxisqualität ist, um einen Lernenden bei der Erkenntnisfindung zu unterstützen oder das Verstehen zu befördern. Das, so weit ist man noch nicht. So, die Kurzfristprognose ist, es gibt keine Systeme auf Augenhöhe. Wir brauchen aber Systeme auf Augenhöhe. Und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Wir wollen also personalisierte und relevante KI-Lern- und Lehrbegleiter. Aber die generischen Systeme ermöglichen generische Empfehlungen. Und ich möchte aber wirklich relevante Empfehlungen haben. Die kann ich dadurch bekommen, dass ich mit sehr vielen persönlichen Daten arbeite. Jetzt kommen wir zur Datenkreuzung, sagen wir mal, der Königsweg für zentrale KI-Dienste. Und ich habe es ein paar Mal gehört, weil ich habe nicht alle Vorträge verfolgen können. Aber es geht oft um die zentralen Dienste der Hochschulen, die durch KI besser werden. Und jetzt brauchen die, aber damit sie mit den Mustererkennungsverfahren aktuell besser werden können, sehr viele persönliche Daten. Nun, was ist der Königsweg? Eine möglichst unübergriffige Datensammlung befördert die Nutzungsaffinität. Und zwar liegt es an dem Grad der Privatheit. Und je mehr auf meine privaten Daten zugegriffen wird, desto mehr denke ich über Datensouveränität nach und desto mehr versuche ich herauszufinden, frage ich mich, was ich davon habe vielleicht und versuche herauszufinden, wie ich das umgehen kann. Und wie soll es jetzt nun also sein? Wenig Zugriff auf persönliche Daten, kaum Zugriff auf private Daten, die Lebenseinkommenssituation, würde man auch wohl nicht glauben. Aber kein Zugriff auf intime Daten, das körperliche Befinden, das Verhalten, die Ernährung, aber eben auch nicht auf die Lerngewohnheiten. Meine Lerngewohnheiten sind eigentlich sehr, sehr persönliche Vorlieben, die man hat oder auch anders sehen kann. Aber das gilt eigentlich, sollten an und für sich Daten sein, die bei mir bleiben können. So. Nun haben wir aber gesagt, dass die Empfehlungsgüte davon abhängt, dass ich möglichst, möglichst viel persönliche Daten gesammelt habe. Naja, wir müssen schauen, ob es da einen Weg drumherum gibt. Ich möchte einen vorschlagen gleich, der etwas vielleicht optimistisch ist, aber das werden wir sehen. Nun, jetzt langfristig, weil ich hatte es am Anfang schon gesagt, langfristig wird KI eine tiefe Dialogfähigkeit haben müssen, weil sie Empfehlungen nachvollziehbar begründen muss und das auch können wird. Und die Frage ist, ist das jetzt Zweckoptimismus? Nun, das ist möglicherweise für den jetzt aktuell, ist es noch optimistisch. Aber ich glaube, dass wir da hinkommen werden, wenn wir, auch das Stichwort war schon da, hybride Systeme schaffen, die symbolische Wissensverarbeitung verbindet, dass wir modellbasierte Dialogfähigkeit realisieren können. Und warum muss das aber auch so sein? Weil wir sehen, dass KI-Systeme zunehmend diesen fünf zentralen Kriterien entsprechen müssen, damit sie so entscheidungsrelevant in missionskritischen Situationen eingesetzt werden, wie man sich das eigentlich vorstellt. Zertifizierbarkeit, Transparenz, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Erklärbarkeit wird alles nur dann funktionieren, wenn man symbolische Systeme hat, die die subsymbolischen Mustererkennungssysteme eben zu hybriden Systemen ergänzen und verbessern. So, jetzt, okay, die symbolischen Systeme haben einen geringeren Datenhunger und mir geht es so gesehen um den Doppelpass aus Klassifikation und Kausalität, die Verbindung des Besten aus beiden Welten. Und was macht man da? Man nimmt die künstlichen neuronalen Netze für die begriffliche Bestimmung und man nimmt modellbasierte, modellbasierte Systeme, also symbolische Systeme für Planerkennung und Wissensverarbeitung. Man hat Hybride, die verbinden die Vorteile und dann haben wir hoffentlich die notwendige diskursive Leistungsfähigkeit, die man braucht für einen Bildungsdialog mit einer Maschine. Mensch, Maschine, Bildungsdialog. Nur, wenn etwas verstanden wird, so, dass ich es auch selber verstehen kann. Ja, aber was geschieht jetzt in der Zwischenzeit? Also, bis diese hybriden Systeme zur Verfügung stehen und welche Unterstützung ist realisierbar, welche hilft? Nochmal, personalisierte Empfehlungen helfen mir in der Lern- und Lehrsituation und am besten extrem personalisierte Daten. Und wenn man das sagt, geht es sofort um Fragen von Datenschutz, Datenaggregation und Datenverarbeitung. Nun, was wir brauchen, ist eine Datenkultur. Eine Datenkultur, die den Datenschutz überhaupt nicht relativiert. Wir brauchen eine stärkere und mehr Fokus auf Datensicherheit und gerne können wir Datenspenden erleichtern und motivieren. Wie soll das zusammenkommen? Wir brauchen eine konstruktive Ausrichtung und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam Chancen identifizieren. Und zwar, wir verbinden Datensouveränität mit dem Subsidiaritätsprinzip und zwar so, dass die Verarbeitung selber, die Datenverarbeitung, so lokal wie technisch möglich und so zentral wie unbedingt nötig ist. Das bedeutet, es geht um lokale Produktion, Speicherung, Verarbeitung, Auswertung persönlicher Daten für personalisierte Empfehlungen. Und das Wichtige ist hier die Lokalität. Das Stichwort zur Lokalität ist On-Device Intelligence. On-Device Intelligence bedeutet, dass der Ort der Datenproduktion auch der Ort der Verarbeitung und Auswertung ist. Und wenn man das verfolgt, hebt man die Datenschutzbedenken auf, weil die Daten verlassen gar nicht mehr den Ort ihrer Produktion. Sie sind, sie bleiben da, wo ich mit ihnen umgegangen bin. Ist das möglich? Nun, wenn wir uns angucken, die Leistungsfähigkeit der mobilen Consumer-Hardware wächst. Und es ist aber, es ist nicht nur, dass die Leistungsfähigkeit wächst. Es ist auch so, dass die personalisierten Empfehlungen auf der Basis von Mustererkennung, wo wir gesagt haben, dass wir viele persönliche Daten brauchen, dass die Endgeräte mittlerweile Vitaldaten haben, die man auswerten kann, um in der Lernsituation auf den Menschen eingehen zu können und die aber wirklich weit in die Privat- und Intimsphäre eindringen. Diese Daten möchte niemand mit irgendjemandem teilen. Sie sind auf dem Gerät, weil sie dort erhoben werden, aber man möchte sie mit niemandem teilen. Und wenn man überhaupt diese Daten auswerten kann und will, dann wird man das nur können, wenn diese Auswertung lokal ist. Dazu braucht man wirklich gute Geräte und da würde ich sagen, die haben wir schon, wenn man sich die Objekterkennung auf den Smartphones anguckt für Fotos. Das kann besser werden, muss besser werden, alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass diese Richtung realistisch wird und es ging um die Langfristperspektive. So, nun, das Nahziel ist dann Mustererkennung für bildungsförderliches Lernen und Lehren und zwar mit einem tiefen Datenzugriff auf alle Daten und Datentypen. Das sind Mails, Fotos, Termine, Kontakte, Suchprotokolle, Statusupdates, Dokumente, Notizen, Präsentationen, die elektronische Bibliothek mit dem Leseverhalten, mit den Markierungen, die man gemacht hat, mit dem, was man gesucht hat. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben diese Daten zur Verfügung und können sie auswerten, einfach nur, um Auffälligkeiten zu finden, dann ist es immer noch kein diskursives Assistenzsystem, aber es könnte ein Assistenzsystem sein, das Privatheit erhält und tatsächlich den Lehr- und Lernprozess unterstützen kann. Ich hatte schon gesagt, Vitalsensoren kontextualisieren den Lernprozess in der eigenen Lebenswirklichkeit, das ist wahnsinnig viel wert, und machen das wirklich mit biometrischen Daten. Vitalität, Aktivität, Pulsschlag, es geht um die Tageszeit. Naja, man kann sich da viel vorstellen. Das Zukunftsszenario ist also der private und persönliche Lehr- und Lernassistent. Und da geht es wieder um die Zukunft. Der soll diskursiv sein, der soll Ziele verstehen. Und zwar im Zusammenhang mit der Interaktionshistorie. Das ist etwas, das geht über Jahre von mir aus. Er soll die Verstehensleistung im Dialog ermöglichen. Ja, tja. Und den wird man wirklich erst haben, auch das nochmal zu sagen, wenn Mustererkennung ergänzt wird durch modellbasierte symbolische Wissensverarbeitung, von der ich sage, sie gibt es so noch nicht, aber man arbeitet dran, weil man dran arbeiten muss. Und jetzt vom Leserverhalten auf die Verständnistiefe schließen. Überlegen Sie, wenn Sie sehen, wann jemand wie geblättert hat, was er gemacht hat, ob er dann möglicherweise gleichzeitig noch ein paar Messages geschrieben hat, ob das die Lagesensorik des Geräts, ob das, wenn das Gerät sich die ganze Zeit gar nicht bewegt, möglicherweise hat er schon geschlafen. Also es gibt da unheimlich viel, was man machen kann. Und das Wichtige ist, dass dieser Verarbeitungsprozess für Nutzende vollständig kontrollierbar dann sein würde und Nutzungsdaten eben ausgewertet werden könne, ohne dass irgendjemand des Grenzen überschritten werden, weil diese ganzen Daten ja selber entstehen in meinem Lernprozess und mein persönliches Gerät und niemand sonst darauf Zugriff hat und mich dann unterstützt. So, ja, nochmal, sowas kann nur funktionieren bei einer strikt lokalen Verarbeitung. Alles bleibt bei mir. Nichts geht irgendwo anders hin. Und wenn alles bei mir bleibt, habe ich tatsächlich die Qualität, die man braucht. Und dann erlaube ich auch den uneingeschränkten Zugriff auf die Gerätesensorik und so weiter. So, ich glaube, wir wollten noch ein bisschen diskutieren. Wenn man diese Art von Mustererkennung ansetzt, wird man immer noch keinen wirklichen Wissensdialog haben können. Aber ja, ein Tutor eigentlich auch nicht wirklich, aber doch deutlich relevantere Empfehlungen. Und deswegen würde ich sagen, was wir machen sollten, ist bei der Hardware, wir sollten Innovation ernst und beim Wort nehmen. Denn das, was man jetzt sieht an Leistungsfähigkeit von Smartphones, ist so sensationell, dass sehr, sehr, sehr viel algorithmisch möglich ist. Und es wird noch besser. Wir sollten die Datenschutzbedenken durch strikt lokale Verarbeitung relativieren, weil dann muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen, wer welche Daten von wem wie speichert und was passiert, wenn irgendwas gehackt wird. Da ist dann jeder selber, da ist jeder selber verantwortlich. Die Datensicherheit wird unheimlich kritisch, weil plötzlich ist ja meine ganze Bildungshistorie auf meinen privaten Geräten. Das heißt, die Datensicherung und Datensicherungskultur, damit muss man umgehen und nicht nur auf einer Platte, sondern irgendwie ein bisschen relevanter. Aber das haben wir bei Geld auch geschafft. Dafür haben wir Saves. So, wir diese Systeme verbinden Vorteile von subsymbolischer Mustererkennung und symbolischer Wissensverarbeitung. Das hatte ich gesagt. Und KI kann deshalb langfristig helfen, dass die Hochschule effizienter verwaltet und kollegialer geführt wird, dass Lehrende Seminare und Vorlesungen besser vorbereiten und durchführen können, dass Lernende ihr Studium inspiriert durchlaufen und erfolgreich abschließen können. Ich hoffe, das war ein interessanter Beitrag für Sie. Und ich würde mich gerne bedanken, vielleicht von meinem Vorredner noch kurz eingehen, weil das ist einer meiner Lieblingszitate in general. We are least aware of what our minds do best. Das ist von Marvin Minsky aus dem Jahr 1985. Und man hat den Eindruck, wir haben eine wirkliche Maschinenfixation aktuell und eine Unterschätzung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Aber ich glaube, das werden wir aufheben. Und wir werden lernen und lehren. Und wir werden diese Probleme, über die wir jetzt sprechen, mit dieser Zentralisierung, werden wir überwinden können. Ich freue mich darauf und freue mich auf die Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kager, auch von unserer Seite her. Ich schaue mal. Ja, es ist schon die erste Frage im Chat. Herr Rekzi. Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie es auch als Aufgabe verstehen, so ein bisschen überhöhte Erwartungshaltung einzudampfen. Beziehungsweise Herr Metzner hat das auch, hat Sie auch noch so angekündigt. Das, was Sie nun nach hinten raus vor allem getan haben, ist die, ich würde das schon gerne sagen, in gewisser Weise eine Vision dessen, was Lernassistenz können soll, wo wir aber noch nicht sind. Ich sehe das Problem gar nicht so sehr bei der technischen Seite, das kann ich mir auch vorstellen. Meine Frage, die sofort aufkam, war, wer sollen das umsetzen? Also wir befördern ja gerade sehr stark, so was Ad-Tags zum Beispiel angeht. Wir fördern Start-ups, die Technologien umsetzen. Die sind dann aber wieder gewinnorientiert. Die möchten natürlich auch eine gewisse Hoheit über Daten haben. Also es geht nicht darum, dass man Gewinnorientierung im Bauschundbogen dann nur kritisch sehen muss. Es geht darum, es gibt ja auch ein sehr großes Interesse an diesen Daten. Sie sagen, da haben Sie dann Ihren Vital-Scanner, der sieht, sind Sie jetzt gerade aufnahmebereit fürs Lernen? Zum Beispiel würde ich jetzt als Beispiel nehmen. Das sind Daten, an denen hat meine Versicherung auch ein großes Interesse. Und dann kann man auch sagen, machen wir ein Bonus-System, dann geben Sie uns die Daten auch. Und schon ist das eben nicht nur mein ganz persönlicher Assistent auf meinem ganz persönlichen Gerät. Also dieses Interesse, das nun mal auch besteht, wie kann daraus jemand oder etwas oder ein System oder eine Organisation entstehen, die sagt, das ist eine ganz tolle Idee, so machen wir das und da müssen wir auch zu einer anderen Datenkultur kommen. Also das eine ist, wenn man sich anguckt, Stichwort On-Device-Intelligence. Ich weiß nicht, das erste Mal vielleicht vor drei, vier Jahren. Es wird immer relevanter bei Software-Angeboten. Zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt einen Smartwatch-Hersteller, der sehr aggressiv damit wirbt, dass sämtliche Vital-Daten auf einem Secure-Element untergebracht sind und weder der Smartphone-Hersteller noch irgendjemand sonst auf diese Daten zugreifen kann. Nur der Benutzer selber und der kann diese Daten dann auch nur mit einem verschlüsselten Backup auf ein, sagen wir mal, Nachfolgegerät übertragen. Und das wird immer mehr. Deswegen würde ich, gehe ich davon aus, dass der eine, der hier eine solche Vision von mir aus befördern könnte, wäre derjenige, der Hardware verkaufen will. Und da kenne ich Firmen, die wollen eigentlich genau das. Sie wollen Hardware verkaufen und sie bauen immer leistungsfähigere Systeme, die immer mehr im Flugmodus können. Dann auch, jetzt gibt es in einem neuen Betriebssystem, gibt es die Möglichkeit der Übersetzung. Diese Möglichkeit funktioniert entweder mit Internet, auch ohne Übersetzung auf einem Smartphone. Ich habe in den 90er Jahren das Werkmobilprojekt gemanagt und wir hatten sehr große Rechner. Sie haben nicht das gekonnt, was diese Systeme heute können. Es ist faszinierend, Spracherkennung, man brauchte so gesehen echt wirklich, wirklich leistungsfähige Systeme. Das Ganze wandert in das Smartphone hinein. Wir sollten uns öffnen. Deswegen mein Plädoyer für eine offene Haltung. Und diese offene Haltung guckt sich an, was geht denn eigentlich und welche Probleme haben wir? Und wir haben offensichtlich ein Problem damit, dass sehr große Interessensvertreter die persönlichen, die privaten und gerne auch auf die intimen Daten der Menschen zugreifen wollen, weil sie das für ihre eigenen Zwecke sehr schön verwenden können. Und wenn wir auf die Services nicht verzichten wollen, werden wir gezwungen, diese Daten offen zu legen. Wenn wir Geräte haben, die uns wirklich beraten können und können das lokal und irgendjemand bietet Geräte an und verdient damit richtig viel Geld, dann können diese Geräte kommen. Dann brauchen wir nur noch den Willen. Dann müssen wir überhaupt erstmal den Anspruch müssen wir erstmal definieren. Wir wollen dieses. Wir wollen lokale Intelligenz auf der Maschine und lokale Intelligenz im Kopf. Dann würde ich gerne eine kleine Anschlussfrage stellen und dabei nochmal ganz zurückgreifen auf etwas, was Sie eingangs gesagt haben. Sie haben dieses Papier aus der Konferenz von Asilo Maia auch zitiert. Und dabei habe ich mich erinnert, dass mir der Satz, den Sie da auch geführt haben, dass mir der schon damals so durch den Kopf ging. Also die Empfehlung von Asilo Maia, die man eigentlich auch ganz gut verstehen kann, nämlich, dass wir sollten sozusagen keine Begrenzung der Entwicklung von KI von uns aus sozusagen ins Auge fassen oder vornehmen oder prognostizieren. Das klang mir damals und klingt mir jetzt dann auch heute wieder so ein bisschen fatalistisch. Gerade wenn Sie sagen, wir, im Hinblick jetzt auf den Punkt, den Herr Reckzi angesprochen hat, wir sind doch diejenigen, die Forderungen stellen müssen. Dann gilt das doch in jeder Hinsicht. Dann gilt das im Hinblick auf das, was wir qualitativ haben wollen, aber doch auch im Hinblick auf das, was wir nicht haben wollen. Das heißt, sind wir nicht in der Lage oder nicht mehr in der Lage, Entscheidungen von uns aus oder zumindest Forderungen anzumelden von uns aus, wo die Grenzen der Entwicklung von KI liegen sollen? Wie sehen Sie das? Das ist eine sehr, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an die Gentechnik-Diskussion im Ende des 20. Jahrhunderts, wo man eine klare Haltung hatte, wo man dann gesehen hat, dass andere Länder wirtschaftlich erfolgreich waren mit Gentechnik, wo dann in Deutschland die Rolle rückwärts war. Deswegen würde ich sagen, wir können uns möglicherweise jetzt verordnen, also verordnen, weltweit verordnen, dass etwas nicht gemacht wird, was uns nicht gefällt. Das ist eben schwer. Aber wir können wirklich, wir können unabhängig denken und überlegen, gibt es nicht wirklich andere Möglichkeiten, als immer nur in die gleiche Richtung zu fahren? Und die Richtung, die wir jetzt haben, hat etwas zu tun mit zentralen Plattformen, die datengierig sind, um dann wirklich attraktive Dienste zur Verfügung zu stellen. Und wenn es in dem Bereich von Bildung und Lernen und Verstehen und Erkenntnis möglich ist, dass man die zentralen Plattformen nur noch braucht, um, sagen wir mal, Medien zur Verfügung zu stellen. Also elektronische Bücher, die ich dann von meiner Uni-Bibliothek bekomme. Aber das Lesen mache ich selber und es bekommt auch niemand mit, wann ich was gelesen habe, um das auszuwerten für seine Learning Analytics. Brauche er, muss er doch auch gar nicht. Es hilft doch überhaupt nichts. Aber man nimmt Daten auf, die einfach zu, die sind zu privat. Also wenn ich mir vorstelle, seit wann hat denn mein Lehrer mir über die Schulter geschaut damals, um zu sehen, wie lange ich eine Seite gelesen habe und so weiter. Nochmal, wenn es so ist, dass wir ergebnisoffen, gut gelaunt, chancenorientiert uns die weitere Entwicklung angucken, wir sind jetzt bei den Prozessoren bei einer, bei 5 Nanometer, 5 Nanometer Fertigung. Also das ist Wahnsinn, was diese Systeme leisten. Wenn man das jetzt, wenn man es verbinden könnte, da muss man sich auch noch fragen, ich sehe das doch ein, man muss sich natürlich fragen, und wer ist der Anbieter? Da hat man schon immer gesagt, follow the money. Da muss man mal schauen, wer damit Geld verdienen kann. Aber wenn, ich fände das, ich fände einen solchen Wissensassistenten sensationell. Im ersten Schritt der Wissensassistent, der meine komplette Geräte-Sensorik auswertet auf meinem Gerät und mir deswegen wirklich was Interessantes sagen kann. Und im zweiten Schritt selbstverständlich der diskursive Lehr- und Lernassistent, mit dem ich argumentieren kann, von dem ich Gründe erwarten kann, weil er tatsächlich das, sagen wir mal, kognitiv Wissen und Wissenschaft nicht beherrscht, aber einen sehr guten Zugriff hat. Das dauert noch, dafür muss man sehr viel mehr modellbasierte Wissensverarbeitung erst mal leisten. Aber auch da, wie gesagt, wir wollen gerne, dass Technologie eingesetzt wird in missionskritischen Entscheidungen, für diagnostische, für alles andere. Da brauchen diese Systeme sowieso eine Selbsterklärungsfähigkeit, sonst wird es die erste Katastrophe geben, wo jemand was gemacht hat, weil ein System eine Empfehlung ausgesprochen hat, er aber nicht verstanden hat, warum das gemacht werden sollte, und es fliegt etwas in die Luft. Das ist spätestens danach, wir brauchen vielleicht immer eine Katastrophe, spätestens danach werden wir sagen, ups, das geht nicht. Wie war das nochmal? Oh, da gibt es ja Logik. Da gibt es ja sowas wie Wissensverarbeitung. Lasst uns wirklich, das müssen wir intensivieren. Und wenn es ein Land gibt, jetzt so unter uns, wenn es ein Land gibt, von dem ich erwarten würde, dass wirkliche Beiträge in dieser Dimension geleistet werden, dann ist das, sagen wir mal, ein Land in Zentraleuropa. Oder von mir aus auch Deutschland. Herr Rekzi, Sie hatten sich nochmal gemeldet. Ja, Ihr Idealismus würde ich da fast sagen, also Ihre Argumente sind schlagend und Ihren Idealismus finde ich bewundernswert, aber meinen Sie nicht, dass die Entwicklung ja doch eher in eine andere Richtung geht? Schon alleine deswegen, was Sie ja auch sagen, viele der Services dieser großen Unternehmen sind einfach so angenehm und so gut. Und das schlägt ja häufig dann die Reflexion darüber, was es auch sein sollte. Auch wenn das ein ganz wunderbares Gerät ist, auf das nur ich zugreifen kann. Dieses Gerät gibt es ja erstmal noch nicht, da meinen Sie, da müsste man sich als Gesellschaft fragen, was man da will. Aber meine Tendenz, und es ist dann völlig egal, welches Mitglied der Gesellschaft das ist, vom Kleinkind über den Senior, über die Studentin bis hin zum Professor und die Ärztin und so weiter, nutzen alle diese sehr bequemen Services. Und obwohl die meisten die Bedenken, was die Daten angeht, irgendwo schon dabei haben, ist die Bequemlichkeit dann doch stärker. Also wie kriegen wir das denn überhaupt in diese Gesellschaft zu sagen, aber das andere ist doch letztlich besser? Also zuerst mal würde man sagen, was man eigentlich will. Das muss man schon mal sagen. Und wenn mein kleines Plädoyer für diese lokale Verarbeitung, wenn Sie sagen, das klingt ja schon mal nicht schlecht, dann müsste man sich überlegen, aber mit wem könnte man, wer könnte dann ein Partner sein? Nun, das ist, meiner Ansicht nach, gibt es eben sehr große Unternehmen, die verdienen viel Geld mit Software und mit Werbeschaltung und so weiter. Die haben kein Interesse daran. Es gibt andere Unternehmen, die verkaufen im Wesentlichen Hardware. Alle Services, die die anbieten, die nur dazu, um ihre Hardware attraktiver zu machen. Und wenn man jetzt partnert und sich überlegt, aha, wir brauchen also eine Hardware, wir haben hier jemand, der nur Hardware eigentlich verkaufen möchte, jetzt müssen wir noch formulieren, was wir wollen. Und dann müssen wir schauen, wer eigentlich die Software anbieten kann, die eine solche lokale Auswertung ermöglicht. Ich wollte nicht sagen, dass alle Probleme gelöst sind. Aber ich werde über die Jahre, jedes Jahr quasi, optimistischer, dass man in eine solche Richtung gehen kann, weil plötzlich die Leistungsfähigkeit der Smartphones ausreicht, um epiphänomenal, also nebenläufig, diese Bildungserfolge realisieren zu können. Und dann wird es jemanden geben, der mit diesem Erfolg quasi in die Annalen der Bildung und der Menschheit eingehen möchte. Da bin ich auch optimistisch. Und dann hätte man auch die Software und die Systeme, die das leisten. Also es geht wirklich, das ist ein Plädoyer und es ist ein bisschen langfristiger. Aber ich glaube, wir werden die richtige Qualität über die zentralen Plattformen wirklich sowieso nicht bekommen, weil die Daten, die man auswerten kann, dort nicht übertragen, weil die Nutzer die Daten nicht übertragen wollen in der Auflösung. Und wenn es auf dem Gerät selber geht, erreckt sie. Ich sehe, dass sie lächeln. Ich habe sie schon auf meiner Seite so ein bisschen. Naja, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, wenn ich an den Vortrag aus der RWTH gerade denke. Also die Hochschulen, die schon den Schritt getan haben hin zu Learning Analytics und solchen Sachen, die gehen schon tatsächlich in eine andere Richtung. Also versuchen irgendwie rumzueiern, den privaten Datensektor so weit dann doch auch irgendwie die zwar zu schützen, aber dabei doch auszuweiten und so weiter, dass man doch mit Hilfe von kommerzieller Software da weiterkommt. Also auch das Plädoyer von Herrn Bauberger, man sollte jetzt das alles sozusagen hochschulintern machen. Das wäre ja eine ähnliche Forderung wie die nach dem Rückgriff auf nur noch das persönliche Gerät. Das zurzeit läuft das in den Hochschulen in eine andere Richtung. Das muss man sehen. Also ja, ich habe auch den Vortrag gehört. Ich kann das auch, also man kann es verstehen. Und es ist ja auch schon wirklich der Song des Jahres, ist schon klar, ist schon alles richtig. Aber ich kaufe es nicht. Und ich kaufe das nicht. Und ich möchte auch wirklich nicht, dass eine Organisation, zu der ich ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis habe, wie ein Student zu seiner Hochschule, dass die irgendetwas mit meinem Klickverhalten macht. Ich möchte diese, also ich persönlich, da kann ja jeder, ist okay, aber ich persönlich, ich möchte das nicht. Und ich möchte mir von einer solchen Organisation dann auch nicht noch einen Kurs geben lassen darüber, was Privatheit eigentlich ist und wie ich dann bei international erfolgreichen Firmen aber unheimlich aufpassen muss auf meine Daten. Bei meiner Universität, die über quasi mein Heil entscheidet, mehr oder minder, wenn ein Studienabschluss, wenn ich auf einmal expatikuliert bin, das ist schon, ich habe da eine Abhängigkeitsbeziehung zu der Universität ein wenig. Das ist vielleicht das, was man jetzt macht. Vielleicht wird es noch weitergehen. Aber wir sind hier in einer Anhörung und da muss man auch die Aussicht genießen. Und ich war der Letzte. Ich wollte etwas, ich wollte etwas für die Aussicht tun. Selbstverständlich werde ich das etwas ausarbeiten und Ihnen zur Verfügung stellen und die Folien auch. Es geht mir darum, dass wir die Perspektive, dass wir eine Perspektive haben, die konstruktiv ist und nicht idealistisch. Die ist einfach konstruktiv und vielleicht ein wenig optimistisch. Gut, dann lassen wir das so stehen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kager. Die Zeit ist um. Wir wollen auch die Zuschauer, Zuhörer nicht zu sehr weiter belasten. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt doch an dieser Stelle nicht nur Ihren Vortrag hier jetzt beenden, sondern auch die gesamte Anhörung jetzt damit als zum Ende gegangen. Mündlichkeit ist eine Zier. Ich bedanke mich noch sehr für die Einladung. Ich bedanke mich noch für die Einladung.